Windkrafträder. Windkrafträder sind ja mal wieder in aller Munde. Spätestens nachdem man herausgefunden hat, dass man sich ungefähr zwölf Jahre bei der Berechnung des Infraschalls verrechnet hat. Und Julian und ich haben ja darüber schon mal ein Video gemacht, wen das interessiert, das Thema Infraschall. Das verlinke ich mal hier oben. Und jetzt soll es aber heute nicht um Infraschall gehen, sondern ich habe heute eine ganz besondere Windkraftanlage hier sozusagen gefunden oder wurde von Julian darauf aufmerksam gemacht, die ich euch einfach mal näher bringen möchte. Es ist ein Pilotprojekt, wo ich finde, es ein bisschen zeigt, wie die Entwicklung weitergeht in Sachen Windkraft und dass sie natürlich nicht stehen geblieben ist, sondern dass man sich tatsächlich Gedanken macht. Wie können wir Windkraft wirklich in noch größeren Flächen bringen? Wie können wir noch mehr Windkraft auf die Länder bringen? Und wie können wir dabei halt nach Möglichkeit möglichst wenig, ich sag mal, vielleicht Leuten auf die Füße treten? Und wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt vom Mikro schon hören könnt. Man hört es hier immer so zischen, wenn die Rotorblätter vorbeikommen. Was ist das Besondere an diesem Windkraftrad? Das Besondere ist erstens, dass es normale Windkrafträder, so wie ihr sie hier im Hintergrund seht, sind etwa 250 Meter hoch. Also quasi vom höchsten Punkt, wenn ein Rotorblatt oben steht, sind es 250 Meter bis zum Boden. Das ist gerade aktueller Stand der Technik und dieses Windrad hier ist nur 180 Meter hoch. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, komm, toll, hat man ein kleineres Windrad gebaut. Super. Was noch? Ja, dieses 180 Meter hohe Windrad hat sehr lange Rotorblätter. So gefühlt, ich kann es jetzt, ich habe leider keine genauen Daten gefunden, aber wenn ich mir so die anderen Rotorblätter der anderen Windkrafträder angucke, wenn ich mir das Ganze so aus der Entfernung anschaue, dann würde ich sagen, diese Rotorblätter sind bestimmt gut anderthalb Mal so lang, wie die von den bekannten Windrädern. Das sorgt auch dafür, dass wenn man hier drunter steht, schon fast das Gefühl hat, die Rotorblätter würden hier gleich durch den Boden flügen. Was sie natürlich nicht tun und man braucht auch keine Angst haben, dass einem hier der Kopf abgeschnitten wird. Nein, da ist genug Platz, aber es ist schon imposant, wenn man diese riesigen Rotorblätter sieht und das auf diesem kleinen, ja, ich möchte fast sagen, es wirkt so ein bisschen unfertigem Windrad. So, jetzt hat man ein kleines Windrad gebaut mit großen Rotorblättern. Es läuft nach Abstimmung mit der Gemeinde Stahnsdorf in einem besonders schallreduzierten Modus. Man könnte mal sagen, okay, jetzt hat man hier eine ganze Menge Stahl und Beton verbaut, weil hier ist ja auch ein großes Fundament gemacht worden, damit dieses Windrad hier trotzdem stehen kann. Und jetzt hat man da ein leises, langsam laufendes Windrad. Ja und nein. Denn das Besondere ist, dass dieses kleine, langsam laufende, leise Windrad dennoch eine Spitzenleistung von 5,7 Megawatt hat. Und das ist halt eben, man hat es geschafft, mit verschiedensten Techniken das zu realisieren. Und deshalb ist es eben hier ein Pilotprojekt und warum es so gerade so windgeschützt hier ist und ihr meiner Stimme lauschen könnt, ist, hier steht direkt in eurem Rücken ein Container, wo drin eine Messtechnik ist. Da drüben ist noch ein Messturm aufgebaut und man untersucht natürlich dieses Pilotprojekt parallel und will genau wissen, wie funktioniert es, wie kann man es vielleicht noch optimieren, vielleicht kann man noch mehr Leistung rauskitzeln, wo muss man vielleicht nochmal nachbessern. Mit ihren 5,7 Megawatt ist diese Anlage nicht nur eine sehr starke Anlage, sondern sogar, also sogar sehr, sehr starke kleine Anlage, nein, sondern sogar die stärkste Windkraftanlage am deutschen Onshore-Markt. Und das ist halt eben auch das Besondere an diesem Pilotprojekt, denn Notus Energy bezeichnet diese Anlagen selber als Windkraftanlage der Zukunft und möchte natürlich sein bisher schon bestehendes Portfolio aus 250 Megawatt Windkraft um solche Anlagen zukünftig erweitern. Denn, wie gesagt, diese Anlage läuft in einem besonders schallreduzierten Modus, da es hier in 1000 Meter Entfernung Anwohner gibt und sie ist natürlich, wie gesagt, gut 70 Meter niedriger als die üblichen anderen Windräder. Und das macht schon eine Menge aus. Und ich hoffe, dass wir mal ein Interview von Notus Energy bekommen zu den Daten, die dieser Messturm dort hinten noch auswertet und die hier sicherlich in so einer Art Rechner zusammenlaufen und ausgewertet werden, wie sich diese Anlage im Alltag schlägt. Denn diese Anlage versorgt mit ihren 5,7 Megawatt laut Notus Energy rein rechnerisch 3700 Haushalte mit Strom. Und das ist doch schon beeindruckend, oder? Wenn man weiß, dass ein so ein Windrad, weil es wird ja immer gemeckert, wie viele Windräder bräuchten wir und so weiter und so fort, aber ein so ein, ich nenne es jetzt mal popeliges Windrad von 180 Metern Höhe, versorgt 3700 Haushalte mit Strom. Puh, das ist mal eine Hausnummer. Auch die Windkraft ist natürlich nicht stehen geblieben. Sie entwickelt sich stetig weiter. Und ich bin natürlich auch ein Stück weit stolz, dass hier in unserer Region solch ein Pilotprojekt aufgebaut wurde. Und auch die Firma Notus Energy ist dankbar, dass man in nur 22 Monaten trotz leichtem Gegenwind auch hier ein neues Pilotprojekt aufstellen konnte, quasi diesen neuen Windpark in Betrieb nehmen konnte. In Betrieb ist er seit September 2020. Also jetzt gut, ich würde sagen, ein bisschen was über ein halbes Jahr. Und wir versuchen mal mit der Firma Notus Energy ein Interview zu diesem Pilotprojekt zu bekommen. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Detailinfos. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich bin ganz beeindruckt. Ich bin ganz hin und weg. Ich finde das klasse. Hier ist natürlich noch eine Menge Platz. Und hier ist auch wirklich weit und breit. Ich drehe gleich mal die Kamera. Hier ist, der nächste Ort ist nicht so nah. Also auch Schatten oder Ähnliches braucht man sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, hier ist auch, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, hier ist kein Vogelverkehr großartig. Die Anlage ist sowieso tiefer. Sie ist langsam drehen. Damit ist sie auch weniger gefährlich logischerweise für eventuellen Vogelverkehr. Wobei diese Diskussion ja nun auch längst widerlegt wurde. Wenn ich es finde, verlinke ich es mal hier. Es gibt ein Video von Völker Quaschning, wo er eben mal auf diese statistischen Werte eingeht. Und wenn euch sowas gefallen hat, wenn wir euch solche Sachen vorstellen sollen, einfach mal was wir so finden in der Region an neuen Pilotprojekten, an interessanten Sachen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch etwas in eurer Region. Oder vielleicht kommt ihr hier aus unserer Ecke und kennt irgendwo noch ein tolles Projekt, was wir euch vorstellen sollen. Dann schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an youtube. at igembb.de. Dann nehmen wir gerne Kontakt mit euch auf. Und ansonsten natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren ist obligatorisch. Denn nur dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Und wenn euch das gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, nee Steve, das war nichts, dann gebt ihm ruhig einen Daumen nach unten. Aber dann schreibt uns auch gerne, was euch gestört hat, damit wir es natürlich in der Zukunft verbessern können, abändern können. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich sage Tschüss und ja, ich genieße hier noch so ein bisschen dieses Windrauschen. Ich danke euch. Untertitelung des ZDF, 2020